Damit du das nicht raunst Ich schlachten das alle ab Wo ist denn der verdammte Kommandant? Du rufst die ganze Zeit neue Leute Wo finden wir denn jeden Bastard? Ich kann die Kommandanten finden Hier Das ist ja nicht mal Ruhe Kampf bist du ne? Okay Ein bisschen Munition Zack und Du wirst sterben Ich müsste irgendwo in Deckung gehen Es ist ungesund hier mitten im Google Sturm zu stehen Von allen Seiten kommen die Aber die Munition wird uns auch nicht alle Die bringen ja mal wieder neue mit Okay Du machst dann mal Auf geht's Da ist noch einer Da kommt ein neuer Die Drohnen ausschalten Hier haben wir so ein Gerät Da steht noch einer Sehr schön Hier kommen wir in die freie Luft Das mir nicht und wenig gefällt Da steht noch einer Erstaunlich ruhig hier Und da geht's wieder rein Ich weiß nicht, ob ich diese Rundfahrt wollte Achso, wir wollten ja zum Zum Autokrad hier Die Dokumentation Aber nicht nur hier Ah-hah Kapitel 2, die Docks, na dann wollen wir mal noch ein bisschen Nazis klatschen, äh das haben wir schon geöffnet, ja weiter geht es hier, ab androhort, ja soboren. haben plan sie gehen die festen die jeden verdammten soldaten ich würde in ihr eigentlich nicht fertig nicht Das lief ja auch nicht schief. Dann mal zu Fuß weiter. Ja, ein bisschen. Na komm, ja. Doch da am Flug. Heilung wäre mal nicht schlecht. Könnte ich irgendwo gebrauchen. Das ist Munition. Geht das Tor auf? Wo wir hin müssen? Geht uns die Munition an oder was? Das kann doch nicht da sein. Ist doch kein Zustand. Ich will mal ein bisschen Munition aufrüsten, ein bisschen Heilung. Jo, so muss das. Erstmal unten. Munition verschwenden an Kisten und an Flaschen. Ich bin hier ausgestiegen. Ich dachte, ich wäre da drüben. Da bin ich auch, oder? So will ich hier. Nachdem ich ja losgeschöpft habe. Erstmal eine Roots-Tour machen. Da kam woher. Wenn wir jetzt da weiter, oder? Wie ist der Plan? Der Weg ist versperrt. Die lassen sich bestimmt irgendwie öffnen. Oha, da hat es gerade gehört. Die Verstärkung wird scheinbar auch gar nicht gerufen. Also bin ich hier relativ... Kann ich hier noch irgendwo weitermachen. Oh nö, das geht ja da lang. 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 Wollen wir da lang, oder? Bin mir nicht sicher. Das Ding wird gestoppen. Genau, damit ich jetzt zumindest mal... Sachen zum Looten. Lass doch ihn stehen. Da geht's jetzt zurück, oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da... da richtig bin. Das sieht aber richtig aus. Oh scheiße. Da denke ich heimlich vorgehen, aber... Das war aber nix. Ey Kommandante. Okay, da steht einer immer noch Alarm. Irgendwo steht hier noch ein Arschloch-Alarm. Jetzt nicht mehr. Da lebt noch einer. Hier geht's durch. Und jetzt zu. Von beiden Seiten. Verdammt! Da geht er da hin. Da geht er da hin. Hier bin ich ja zumindest erst mal richtig. Und fahren noch mal die Ducken-Taste. Und fahren noch mal die Ducken-Taste. Da geht's nicht mehr. Da geht's nicht mehr. Stellung. Ein bisschen Tastenbelegung. Ein bisschen Tastenbelegung. Oh... C? Warum ist das nicht mehr... Ducken-C? Okay, whatever. Ich schaffe, was ich hier ein bisschen sneak-gehe. Das war wohl nix. Anfrage nach Verstärkung gewährt, Kommandant. Ich fängst dir in Position. Wo sind denn die alle? Kommandante. Einmal von der anderen Seite. Ich glaube, ich kann jetzt wieder aufhören, um mich zu drücken. Ähm, ich brauche mal eben Waffenratz. Ähm. Du schießt dich doch besser. Ähm. Wo ist denn der zweite Kommandant? Der war doch irgendwo hier, oder? Lief zumindest hier rum, wenn es sich da das erste Mal war. Jetzt mal looten. Wissen auf die Energie achten. Wo ist denn der scheiß Kommandant? Ist er das nicht? Das ist er. Jetzt hab ich ihn mal so unvorbereitet, wenn ich komm. immer nicht geladen habe, wenn das, wenn es doch ankommt. Okay, jetzt ist jetzt alles frei. Gewinn noch jemand. Und hier ist ein Schlüssel. Und werde ich bestimmt irgendwie früher irgendwo viel gebrauchen können. Ach so, hier bin ich reingekommen. Hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Und dafür hab ich einen Schlüssel. Das kommt ja auch selten vor in solchen Spielen. Dass man Schlüssel hat. Sammelbares Kult. Aha. Da haben wir wieder ein bisschen Nazi-Gurt gefunden. Also, ich legte im Bett neben dem Mädchen und lach. Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelebt. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du legst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Ich sehe jetzt die Geschichte hören, oder nicht? Die Sprache, richtig zu können, ist wichtig. Hey! 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 Oh scheiße, Mund! Hey! 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 Mach unseren Penny! Ok, wie unser in dem Sumpf der Heim, le** ins Hof! Tote Pflanzen und, modriges Holz. Ein bisschen Munition-Verschwender haben mich noch immer wieder neu ismet. wir zerstören erneut ihren alkohol die überliebenden sollen nicht saufen dürfen höchste priorität helga braucht drei kisten rotwein bei der auskramungsstätte wulfburg johann diesmal regierst du den transport und vergisst nicht vor allem nicht den weinen ist nichts das habe ich nicht kommen sehen wo sind wir gelandert ich kann mal raus bitte ich denke hier müssen wir lang das ist auf der ende schuss danke für den jeweils wo kommt er nicht her was denn geheimen bereichen liegt also gleich wollen wir jetzt auch wieder nicht das war der von mir was zu sehen war das ist natürlich blöd ich komme von da oben ja macht man ja so ein vorteil ist wenn man am gewinnen ist sollte man sich beim meister geben waren doch nicht alle schickt doch nicht deine freundin tot grüßeliger ort hier und sie zum heger muss die inschrift auf dem sarkophag über sarkophag übersetzen lassen edit regine ja keiner der kein latein schätzt mal dass das latein ist wer hat doch nicht höhere waffen runter die bruch da oben noch wenn ich hinkomme so wie kommen wir da jetzt hoch wie lange schätze ich mal das kann ja was werden das ist nicht so dass würde das funktionieren ich bin auch wirklich daneben ein durch konnte ich mal ausprobieren wow okay es hat den fuß getroffen er ist tot kollegen shops wie immer kein verdacht ok ich hoffe ich war nicht auf wo ist das hier okay noch wenn wir die jetzt abbonxen sollen jetzt sind wir hier zu denen kommen wir nicht wieder zurück oder das war jetzt nicht so schwer so wenn man nur einen weg nach oben gibt die haben wir vorhin erschossen ohne granate warum tief geht es runter hier irgendwo jetzt kommt so ruhig habe ich das gefühl da kommt noch was schlimmes dass wir da sind hier weiter an die grabkammern vordringen kommt auch ein postkampf raum schön leise da ist keiner weiter ach so da sind wir vorhin eingestiegen ist ja fantastisch das wäre eine großartige abkürzung ein umgegnehmlich mal ruhen mal ruhen mal ruhen Ich fahre ein bisschen. Das sind ja schon, das ist noch nicht so sehr nötig, aber ich sneak hier nochmal, oder? Ich ruft einer noch Alarm. Das kann man hier auch noch ein bisschen skippen. Ach du Kacke. Ähm. Ich rufe mich so schnell nicht durch. Erstmal aufräumen. Und diesen Sprung kann ich jetzt, den muss ich in Ruhe machen. Oh fuck, ich bin tot. Soviel dazu. Soviel. 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 Soviel.